Ihr habt uns wieder einmal mitgeteilt, welche Anime ihr gerade schaut und welche Manga ihr aktuell liest. Daher stelle ich euch heute wieder ein paar von diesen vor. Den Anfang macht der zum Manga produzierte Anime GTO Great Teacher Onizuka. Der Manga erschien von 1997 bis 2002 und hatte insgesamt 200 Kapitel in 25 Bänden. Adaptiert wurde der Manga von Studio Perriot, die unter anderem für den Klassiker Saber Rider verantwortlich sind. Die 43 Folgen des Anime wurden von 1999 bis 2000 ausgestrahlt. Aber worum geht es in Great Teacher Onizuka eigentlich? Es geht um einen perversen 22-Jährigen, der früher einmal in einer Gang war und den schwarzen Gürtel in irgendeinem Kampfsport hat. Und wie der Titel des Manga-Anime verraten mag, möchte dieser Kerl, der Onizuka heißt, Lehrer werden. Sein Antrieb dabei sind die Highschool-Mädchen. Ich habe bisher die erste Folge gesehen, die 48 Minuten lang ist und habe versucht mir einen Ersteindruck zu machen, welcher sich recht positiv zeigt. Die Zeichnungen sind zwar heutzutage mit dem Alter qualitativ gesunken, aber dennoch sind die Charaktere bisher interessant, gerade Onizuka. Und es verspricht ein recht gutes Drama zu werden, was aber gleichzeitig genauso guten Humor bietet. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Als nächstes wurde unter anderem Highschool of the Dead vorgeschlagen. Der auf einem Manga basierende Anime beträgt 12 Folgen plus eine OVA und wurde von Madhouse, für die ich nach den letzten Watchner-Folgen keine Beispiele mehr zu nennen brauche, produziert. Das erste Kapitel des Manga erschien 2006 und bis heute ist der Manga noch nicht fertig geschrieben. 2010 wurde der Manga von Carlson Manga lizenziert, seitdem sind alle bisher sieben Bände in unserem Leben gelandet. Der Anime stammt aus dem Jahre 2010 und wurde 2011 von Nippon Art lizenziert und mit hervorragender deutscher Synchron unsere Theken gestellt. In Highschool of the Dead geht es um das heutige Japan, wo starkartig eine Zombie-Apokalypse ausbricht. So versucht eine Gruppe Oberschüler zu überleben. Soweit die simple Story, aber das Besondere und meiner Meinung nach Unpassendste an Highschool of the Dead ist der stark vertretene Itchy-Aspekt. Ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Itchy, aber Itchy und Zombies? Was? Das passt überhaupt nicht zusammen. Die 12 Folgen haben mich ohne Frage unterhalten können, aber der Itchy-Aspekt macht mir die ganze Serie leider kaputt. Wenn ihr euch damit abfinden könnt, ist Highschool of the Dead auf jeden Fall was für Action-Freudige und an Zombie-Apokalypse interessierte Leute. Sonst solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch das antut. Z-Zone and Tempest war schon einmal Thema einer der Podcasts, aber ihr habt es ebenfalls vorgeschlagen und da ich diesen Anime ziemlich mag, möchte ich ihn auch hier einbringen. Z-Zone and Tempest basiert ebenfalls auf einem Manga und wurde 2012 bis 2013 in Japan ausgestrahlt. Bones, auch bekannt für meiste Werke wie Fullmetal Alchemist oder Darker in Black, war für die Produktion der 24 Folgen des Action-Dramas verantwortlich. 50 Kapitel, so viele hat ein Manga, der hierzulande bei Carlson-Manga erhältlich ist, während der Anime nicht lizenziert wurde. In Z-Zone and Tempest geht es um ein Kumpel-Duo, das plötzlich in einer Geschichte voller Magie und Action landet und recht viele Shakespeare-Anspielungen bereithält. Ein tragischer Tod löste die Geschichte aus, bei der es darum geht, die Welt zu retten. Aber vor was eigentlich? Da würde ich jetzt zu sehr spoilern, da die Bedrohung eigentlich erst später bekannt wird. Eines kann ich euch aber sagen, Z-Zone and Tempest ist spitze. Freunde von Shakespeare, Action und Romanze kommen mir ganz auf ihre Kosten und bekommen eine grandiose Geschichte mit wirklich wundervollen Charakteren geboten. Das Anschauen lohnt sich. Das war's mit dieser Folge von Watch Now. Schreibt uns gerne wieder die Anime und Manga, die ihr aktuell schaut und lest, in die YouTube-Kommentare oder auf Facebook. Steht? scène. Daos.